so aber hier scheint das irgendwie nehmen sie den frachtaufzug wo ist denn der ist der frachtaufzug das sieht ja fast aus wie ein frachtaufzug aber das kann das ja nicht sein hier kann man nichts bewegen dadurch kommt es ja auch nicht läuft ja hier schon wieder rum so Untertitelung des ZDF, 2020 Vögel ist verboten. Ist hier irgendwas, was mir weiterhelfen könnte? Huh. Ne, da kommen wir wieder ins Treppenhaus. Das kann's nicht sein. Ist denn das Biest schon wieder? Oh. Ich komme schon vor wie Heinz Sielmann. Tiere aus nächster Nähe. Aber hier kann man nichts machen, ne? Kann man hier was machen? Ich wüsste nicht was. Ah. Fracht rufen. Wie wär's damit? Rufen wir die Fracht. Aha, jetzt sind wir hier drin. Boah. Weißt du was, haust du einfach mal ab. Da steht das Ding da gleich drin. Ah ne, ne? Das ist doch... So, mal gucken ob die... Luftreinigung was kann. Ja, irgendwie. Geh mal die Reception. Geh mal die Reception. 129. So, mal kurz. Achso, jetzt sind wir da. Aber wieso soll ich dadurch, wenn ich dahin muss? Achso, ich glaube, ich weiß. Verstecken wir uns doch mal im Schränkchen. Da fällt Amanda doch sicher nicht auf. Dadurch? Ja, ich hoffe, dass ich da hinten rumkomme. Kommt das von der anderen Seite? Ach, scheiße. Sie sehen ganz schön mitgenommen aus. Ja, ich bin noch mitgenommen. Schon wieder dieses Überwachungsding da. Das ist aber unfall. Oh oh. Da hat das Bisschen die Frau geschnappt. Oh. So ein Dreck. Oh, ne Kiste. Ist das schon wieder da. Jetzt tapert das dahin, wo ich gehen muss. Das ist doch echt krank. Jetzt läuft das da die ganze Zeit noch mehr, oder was? Du warst doch eben gerade da. Du hast eine Frau getötet. Sag mal. Husch, husch, ins Körbchen. Darf ich, äh, darf ich weiter? Ne. Ne, ich muss. Ich muss das Let's Play leider noch eine Ecke ausführen. Ja, nützt nichts. Sonst stehe ich morgen früh noch da in der Ecke. Ja, ich habe auf den Notizzettel geschrieben, das Alien ist allgegenwärtig. Und die Sicherheitssensoren haben mich hier auch erfasst. Ja, ja, ja. Habe ich schon erwähnt, dass das Ding nervig ist? Habe ich das schon erwähnt? Gut. Ja, ja, so ist das Leben von Sudermann. Der eine scheißt den anderen an. So, da wollen wir mal hier speichern, ne? Der letzte Speicherpunkt ist schon wieder so lange zurück. So, mal kurz gucken, was sieht gar nicht schlecht aus. Du meine Güte. Ich dachte schon, das nimmt hier gar kein Ende. Ja, da muss man denn auch ein bisschen riskieren, dass man da nicht alles entdeckt hat. Irgendwelche Baupläne oder so, aber ehrlich gesagt, das ist mir echt latz. solange ich solange man so viel Material kriegt wie hier, ist mir das auch relativ latz. so. Aha. Das ist ja wieder hochspannend hier unten. Ich glaube, die Wartungsmitarbeiter streiken hier alle, ne? So wie es aussieht. ist mir so, wie es So, hier drin ist das nicht. Richtung Labore, sagt er. Wieso ist das Elgin eigentlich schon wieder hinter mir? Sicherheitszugangsgenerator. Das ist mir echt schleierhaft, wie das Biest das so schnell herausfinden kann. Ah, da war ich ein bisschen zu lahm, Arsche. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich. Wie soll ich versuchen, dass er ein Schlepp ist? Das ist mir gut, wie sich ein Schlepp ist. Das ist mir ideal für eine Schlepp-Wirbel. Das ist mir richtig. Und dann bin ich für eine Schlepp-Wirbelung. Ich komme jetzt nicht auf und dann mit dem Schlepp-Wirbeln, das ist mir gut. Denn das ist mir gut. Soll ich wirklich gutang, dass ich so schnell. Denn ich kann nicht. Aber dann ist es mir gut, wie ein Schlepp-Wirbeln. Du hast mich schon wel gesehen. Hm, bin ich überhaupt richtig hier? Tja, ich probiere es mal. Keine Ahnung. Ach, und erst mal ein schönes Bier. Ich hoffe jetzt, das war der richtige Aufzug. Jetzt bin ich hier gelandet. Gucken. Scheint aber nicht richtig zu sein. Ach, hier sind wir wieder. Ah. Und das Alien ist mal nicht da. Also das ist ja schon mal... Granios. Nee, nee. Dann war das verkehrt. Muss ich wahrscheinlich nachher nochmal hin. Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause. Ihr braucht sicher ein bisschen Erholung. Ich kann das gut verstehen. Also bis gleich. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020